Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir jetzt wieder einen Adventskalender. Auch von Penny. Warum sage ich auch? Weil ihr könnt mal oben die Playlist gucken. Da habe ich jetzt noch einen von Rossmann von dm. Auch schon von Penny mit kleinen Schnäpschen. Könnt ihr mal reingucken. Der war mega geil. So und jetzt haben wir hier einen größeren Kalender von Penny. Der ist mir so einfach mal aufgefallen. Hab gedacht, kommt der nicht mit. Kostet auch so um die 15 Euro. Und dann der Alkoholkalender mit den ganzen Schnäpschen und Whiskys und alles. Sehr gut war. Schwer nach gut. Wollte ich mir den auch noch. So, schauen wir mal rein. Und wir fangen an mit der 1. So. Jetzt muss ich natürlich auf den Pixel aufpassen. Wie ich gerade sehe. Weil die so voll bin, dass ich den ganzen Gramm hier rum fliege. So und zwar eine Augenmaske. Also als Tuch. Und so eine Harkur. Arganöl. Ja. Okay. Das war jetzt in der 2. Das war besser zu, sonst finden wir es noch mal nicht mehr. Äh, in der 1. Quatsch. Nicht in der 2. So. Die 2. Die 2. Die 2. Die haben wir hier. So. Und was haben wir hier? Ja. Ja. Ein Duschgel. Mit Granatapfel. Okay. Die Nummer 3. Die hätten wir dann hier. Ja. Die 3. Die 3. Die 2 Töhrchen. Wie ich gerade sehe. Ja. So. Was haben wir denn hier? Ja. die 3. Und das sind die 3. Die 2 Töhrchen. Wattepadze zum Abschminken, maue ich jetzt nicht, aber egal, so, das ist die 4, die 5, die 5, die 5, machen wir denn die gleiche 5, hier ist die 6 schonmal, ach 4, aber wie ich sehe, ist das alles doppelte Türchen, ist natürlich auch nicht schlecht. Von AX, Ice and Chill, also so ein Duschgel, ja auch gut, 5, die 6 hat man da auch gerade hier, genau, hier, okay, die 6 ist ja richtig groß, Junge, Junge, was ist denn hier drin? Ja, und zwar, ein Mehrwertrasierer, also den Griff kann man noch weiter nutzen, nur die Klingen muss man tauschen, okay, ist cool, also für den Preis bis jetzt ist das schon ein geiles Ding, also, Penny, Top Kalender, also das ist jetzt schon der zweite Kalender, wo ich sage, der ist richtig gut, so, Proteinriegel aus Schokolade ist noch da drin, wie gesagt, alles in der 6 und die 5. Und, wir haben noch hier von Dr. Best Classic, ne, Zahnbürste drin, ja auch ganz cool, das wurde immer gebraucht, ne? so, da war die 6, so, die 7, 7, 7 ist hier, ja, Ingwer Orangen bei Kalyptus-Bombom, ja, kann man auch immer mal gebrauchen, wenn man jetzt erkältet ist, nur Erkältung heutzutage, hm, ihr wisst, was ich meine, aufpassen, äh, ich glaube, wenn man schon so die Nase schnupft oder so, dann hat man schon ein Problem, ähm, 7. Das haben wir die 8, die haben wir hier oben, äh, Energy Kick mit Zitronenduft, die 2 in 1 für Haare und Körper, so, kann man auch gebrauchen, so, wo waren wir jetzt bei der 8, so, die 9 haben wir direkt hier, so, da sind noch zwei Sachen drin, ne Handcreme, aus Kamille, war auch cool, und wir haben noch zusätzlich, äh, ein Zahnschmelz Repair Proof oder Oral-B, so eine Zahnkreme, wo man die Zahnschmelze, ja, wieder zu generieren oder sowas, obwohl meine Zahnärztin gesagt hat, sowas funktioniert eigentlich nicht, keine Ahnung, 9, so, die 10, die 10, die 10, die 10, ah, die 10, auf jeden Fall alles sehr große Produkte, und zwar Head & Chowras Schuppen Shuppen Shuppen, auch sehr groß, 90ml, also da kann man sich schon locker 4 mal die Haare waschen, so, wir waren jetzt halt 10, jetzt nehmen wir die 11, die 11, die 11, die 11, die haben wir hier, ja, das, was ich nicht brauche, höchstens vor, um die Ohren zu stopfen, OB, aber auch heutzutage könnte man die Äschen in die Ohren stopfen, so viel Mist, was heutzutage gequatscht wird, naja, anderes Ding, ähm, Entspannungsbad, Entspannungspur, das ist dann hier so eine Badetablette, die legt man rein, und dann spult die auf, ne, sonst schlägt es kein Platz mehr, so, 11, hier 12, Ok, Tag und Nacht, Zeit drin, von morgens und abends, so, auch nicht schlecht, 12, die 13, ach hier, 19, dann haben wir hier schönes, Feuchtigkeitsduschlotion, ja, auch schön, auch gut, 13, die 14 haben wir hier unten, ok, jetzt werden Doppeltürchen, und zwar haben wir hier, so, was haben wir hier, Sommerglück, äh, Pflegebad, ja, ist ein Pflegebad, also Badepulver, 15, jetzt nehmen wir uns die 16, so, hier sind auch wieder mehrere Produkte, so, das ist ein Rasierer für die Frau, für die Beine, ja, ok, und, was haben wir noch dabei, wieder eine Duschlatt-Lotion in Lavendel, ok, so, wir waren jetzt bei 16, ist auf jeden Fall sehr viel drin, wie ihr schon seht, 16, 17, 17, 17, 17, so, der Kalender lohnt sich genauso, wie der mit dem ganzen Alkohol, also, keine Ahnung, ist schon top, auf jeden Fall, Koffeinliquid, das ist von Haarwasser, von Alpizin, 17, 17, 17, jetzt nehmen wir die 18, ist hier unten, sieht das ein bisschen breit aus, ja, ok, Aber hier haben sie auf jeden Fall, dass man sich die Zähne putzen soll. Helmex, Zahncreme, 18, hier ist die 19. Okay, das ist richtig groß. Was haben wir hier? Okay, was ich davon halten, weiß ich noch nicht so genau. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, Trocken Shampoo. Wozu braucht man Trocken Shampoo? Ja, das ist das. Also, ich würde sagen, Trocken Shampoo ist auch für Leute, die keinen Bock haben, sich die Haare nochmal zu waschen. Oder? Sehe ich das falsch? Kann der Hund machen, der will mal dazu schreiben. Ich weiß es nicht. 19, ähm, 20. Mal gucken. Oh, das ist ja ein Doppeltürchen. So, was haben wir hier? Wieder so ein Energy. Body. Body. Ähm. Na. Na. Ach. Sag doch schnell. Äh. So ein Dio. So. Jetzt haben wir es. Das ist ja noch was. Detox. Was ist das hier? Ähm. Okay. Ist wieder so ein Badesalz. Jo. So. 20. Und 21. Wo ist 21? Ach ja. Ja. Medizinische Zahncreme. Ja. Die kenne ich. Die ist auch ziemlich gut. Auch wenn man Zahnfleischbluten hat. War so fボ ist. Die gibt es auch mit grossen Schuben. 21, 22. Voluncar Pflegeschampoer. Kann man geworfen. 22. Ich bin mal geschaut, was eine 24 schon ist. Jetzt sind wir jetzt mal bei der 23. Pflegeöl. Ja, sucht ein Babyöl. Kann man ja auch benutzen, ist ja egal. So, dup dup. 24, okay, gut gefüllt. So, und zwar ist so... Ja, so eine Haripaire Creme Shampoo. Nee, Haripaire Shampoo, genau. Ja, okay. Dann haben wir noch... 24, was ist das hier? Kann man ja kaum lesen. Gletscherwasser, Baumwoll, grüne Minze, weißer Tee, edelweiß. Ach so, ja, das ist auch so eine Dusch... Duschcreme zum Creme. Äh, zum Waschen. Und dann natürlich ein Produkt, was jeder kennt. Eine kleine Handcreme. Ja, super. Aber echt, Leute, ich muss sagen, der Kalender ist top. Also, könnt ihr euch gerne kaufen. Da sind super viele Produkte drin. Hochwertige Produkte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Da ist jetzt kein Trott drin, auf gut Deutsch. Und den Preis tipptopp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen drauf, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.